Willkommen zu einem neuen Tutorial. In diesem Video zeige ich dir, wie du schnell und einfach in die Frontend-Entwicklung mit Svelte einsteigen kannst. Svelte ist ein JavaScript-Framework, mit dem du dir deine eigenen dynamischen Webseiten und Web-Anwendungen erstellen kannst. Dabei ist der Einstieg in die Frontend-Entwicklung mit Svelte sehr viel einfacher als mit React, Vue oder Angular möglich. Wenn du schon etwas Grundlagenwissen in JavaScript, HTML und CSS mitbringst, dann musst du quasi fast nichts Neues lernen und kannst direkt in die Entwicklung einsteigen. Mit Svelte kommst du schnell zu deinen ersten Ergebnissen und hast komplexe, reaktive Anwendungen in viel weniger Zeit und Code umgesetzt als mit den großen genannten Frameworks. Okay, dann schauen wir uns mal an, was du benötigst, um selbst Webseiten zu erstellen. Neben Grundlagenwissen in JavaScript, HTML und CSS benötigst du noch Node.js. Node.js ist eine plattformübergreifende JavaScript-Laufzeitumgebung, die es uns ermöglicht, JavaScript-Code außerhalb eines Webbrowsers auszuführen. Das hilft uns bei der lokalen Entwicklung von JavaScript- bzw. Svelte-Projekten. Das zweite, was du brauchst, ist NPM. Der Node-Package-Manager. Wie der Name schon sagt, ist NPM ein Paket-Manager für die Laufzeitumgebung Node.js. Mit NPM kannst du dir zusätzliche fertige JavaScript-Pakete in dein Projekt hinzufügen. Wir nutzen NPM gleich, um uns das Svelte-Projekt aufzusetzen. Und NPM ist bei der Installation von Node.js bereits enthalten. Daher musst du dir als erstes nur Node.js installieren. Klicke einfach auf den Link für dein Betriebssystem und lasse die Installation durchlaufen. Als drittes und letztes benötigst du noch einen geeigneten Code-Editor. Wizzle Studio Code bringt alles, was wir brauchen, schon standardmäßig mit und eignet sich perfekt für die Svelte-Entwicklung. Zur Installation klicke auch hier einfach auf Download, wähle die Option für dein Betriebssystem aus und lasse die Installation durchlaufen. Wenn du Node.js und Wizzle Studio Code dann installiert hast, kannst du dir den Editor direkt öffnen. So, wir befinden uns im Code-Editor. Vermutlich musst du hier oben links zunächst deinen Projektordner festlegen, wenn du Wizzle Studio Code das erste Mal öffnest. Öffne dir danach als erstes ein Terminal-Fenster und wechsle in den Ordner, in den du dein Svelte-Projekt anlegen möchtest. Zum Beispiel mit CD-Svelte. In der Regel sollte das Terminal-Fenster aber wie bei mir schon im richtigen Ordner starten. Zum Anlegen des ersten Muster-Codes stehen dir jetzt verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen kannst du dir die Code-Vorlage einfach von GitHub herunterladen und dann lokal hier in einen Ordner entpacken. Oder du nutzt schnell und einfach das Terminal, um zum gleichen Ziel zu kommen. Ich möchte mir die Dateien hier direkt im Terminal herunterladen. npx-digit-svelte.js-template Damit nutzt du das Tool Digit, um es anzuweisen, das GitHub-Repository Svelte-Template herunterzuladen. Sollst du Digit noch nicht installiert haben, wird dich npm vorher fragen und du kannst das Kommando mit y für yes bestätigen. Außerdem brauchen wir noch einen Projektnamen. Zum Beispiel WebApp. Und Enter. Ich habe Digit schon installiert, deswegen wurde mir das GitHub-Repository direkt kopiert. Mit CD-WebApp wechsle ich in das Projektverzeichnis. Da es sich um eine Node.js-Anwendung handelt, müssen wir zum Schluss noch die Node-Modules-Abhängigkeiten installieren. Mit npm-install. Wenn du in Visual Studio Code hier schon den Projektordner ausgewählt hast, dann sollte dir das neue Projekt hier oben jetzt angezeigt werden. Im Source-Ordner befindet sich der Quellcode, den du bearbeiten und unterstellen wirst. Zu Beginn liegt hier nur die App.svelte und die Main.js. Die Main.js ist der Einstiegspunkt der Anwendung und wird immer als erstes in den Body des HTML-Dokuments geladen. Außerdem kann man hier sogenannte Props definieren. Als einfaches Beispiel wurde die Variable mit dem Namen World festgelegt. Die App.svelte enthält unseren Svelte-Code. Dieses Svelte-Template ist in drei Bereiche unterteilt. Im Skriptteil programmieren wir mit JavaScript. Im Main-Tag wird HTML geschrieben. Und im Style-Tag das CSS-Styling definiert. Ganz oben wird mit Export-Let-Name die Name-Variable, die wir eben gesehen haben, aus der Main.js hineingeladen. Du erinnerst dich, die Variable hat den Textinhalt World. Im HTML-Tag können diese Svelte- bzw. JavaScript-Variablen in geschweiften Klammern direkt im Frontend ausgegeben werden. In der H1-Überschrift sollte also Hello World stehen. Und im CSS wird für dieses H1 die Farbe Rot definiert. Alles in Großbuchstaben und einer Schriftgröße von 4EM festgelegt. Okay, jetzt willst du natürlich auch wissen, wie die Ausgabe im Browser aussieht. Mit Svelte kannst du dir einen Echtzeit-Entwicklungsserver starten, der immer automatisch den aktuellen Stand der Web-Anwendung enthält. Den Server startest du dir im Terminal mit npm-run-dev. Die Ausgabe deines Codes ist im Browser unter Adresse localhost 5000 erreichbar. Wie erwartet wird Hello World in roten Großbuchstaben ausgegeben. Dann ändern wir uns den Code doch mal ein bisschen. Als erstes lösche ich in Script-Tag das Export weg. Damit wird die Variable Name nur hier lokal definiert und nicht hineingeladen. Und ich gebe ihr den Wert Svelte. Im HTML-Tag möchte ich statt dem Svelte-Link ein Benutzereingabefeld ergänzen. Input vom Typ Text. Und jetzt kommt eine Besonderheit von Svelte. Mit Bind Value können wir Variablen an Eingabefelder binden. Und zwar unsere Variable Name. Damit hat die Variable in der H1-Ausgabe immer den gleichen Wert wie in dem Eingabefeld. Hallo Svelte. Du kannst das Svelte jetzt Zeichen für Zeichen löschen und die Überschrift aktualisiert sich in Echtzeit. Der ganze Code spielt sich hier in der App.Svelte Hauptkomponente ab, denn Svelte ist komponentenbasiert. Einzelne Teile der Website lassen sich separat voneinander entwickeln, ohne sich zu beeinflussen. Alle Komponenten können dann hier in die Hauptkomponente hineingeladen und beliebig oft wiederverwendet werden. Dann erstellen wir uns mal eine zweite Komponente. Teilnehmer.svelte Jede Komponente verfügt dann immer über die drei Bereiche Script Main und Style Script und Style sind nötig, wenn du JavaScript und CSS nutzen möchtest. Main könntest du auch anders nennen oder sogar komplett weglassen, da du HTML-Code in der gesamten Komponente schreiben kannst. Im Main erstelle ich eine Div-Class Karte mit dem Text Tom Für das Styling möchte ich eine Karte anlegen. Du kannst in jeder Komponente immer dein eigenes CSS-Styling festlegen, das dann nur für diese eine Komponente Gültigkeit hat. Für das Div-Karte Background-Color Light Grey Abgerundete Ecken mit Border Radius 20 Pixel Eine Umrandung mit Padding 20 Pixel Und etwas Abstand nach oben und an den Seiten Margin 10 Und 700 Zum Schluss noch eine Schriftgröße von 2 EM Und fertig ist die Komponente. Diese neue Teilnehmer-Komponente kannst du dir jetzt in deine App.swelt Hauptkomponente hineinladen, damit sie in der Website auch sichtbar wird. Im Script-Tag Import Teilnehmer From Teilnehmer. Und schließlich im HTML-Bereich wird die Komponente mit einem sich selbst schließenden Tag erstellt. Teilnehmer So oft du willst und an beliebiger Stelle. Im Browser wird dir die neue Komponente zweimal ausgegeben. Eine Karte mit abgerundeten Ecken, in Grau und im Text Tom. Okay, sehr schön. Statt Tom kannst du dir den Inhalt noch etwas erweitern. Wir können nämlich nicht nur Variablen hier in der App.swelt Komponente entgegennehmen, sondern auch selbst Variablen an andere Komponenten verschicken. Im Script-Tag lege ich dazu ein neues Array mit Teilnehmern an. Name Tom Max und Eva mit Let natürlich Mit einer Each-Schleife kannst du nun durch jedes dieser Teilnehmerobjekte durch iterieren. Each-Teilnehmer es Person und im Teilnehmer-Tag Name gleich Person Das ist die Swelt-Syntax für eine Schleife. Damit das Ganze funktioniert, müssen wir in der Teilnehmer-Komponente diese Name-Variable nur noch abfangen und verarbeiten. Export-Let-Name Damit wird die Name-Variable entgegengenommen. Und statt Tom in geschweiften Klammern Name um den Namen für jedes Objekt auszugeben. Sehr schön, jetzt werden die Teilnehmer jeweils einzeln in einer eigenen Komponente beziehungsweise in einer eigenen Karte angezeigt. Tom, Max und Eva. Zum Schluss soll der Benutzer die Möglichkeit bekommen, eigene Teilnehmer anzulegen. Dafür lege ich einen neuen Button an. Und mit On-Klick soll eine Funktion aufgerufen werden. Neuer Teilnehmer Der Button bekommt außerdem den Namen Neu. Danach schreiben wir uns die Funktion zum Anlegen neuer Teilnehmer. Kunst neuer Teilnehmer Dann das Teilnehmer-Array Gleich Punkt, Punkt, Punkt Teilnehmer Damit wird das gesamte Teilnehmer-Array darüber als erstes angefügt. Und danach Name. In Name ist der Inhalt vom Textfeld gespeichert, das in der Variable Name gebunden ist. Am Ende lasse ich das Textfeld wieder leeren, mit Name gleich, Lehrer-String. Auch hier oben in der Variable Name schreibe ich statt Swellt einfach einen leeren String. Sehr schön, damit wird dem Array Teilnehmer eine weitere Person mit dem Inhalt des Textfeldes, das in Name gespeichert wird, hinten dran ergänzt. Eine Kleinigkeit möchte ich noch ergänzen, damit wir einen hübschen Übergang beim Hinzufügen eines neuen Teilnehmers bekommen. In der Teilnehmer-Komponente importiere ich mir das Scale. From Swellt Transitions Scale ist eine Transition, also ein animierter Übergang, und wird immer ausgeführt, wenn ein bestimmtes Ereignis auftritt. Mit diesem Beispiel möchte ich dir zeigen, wie schnell und einfach du Transitions in Swellt umsetzen kannst. Als zweites musst du diese Transition nämlich dann nur noch auf ein HTML-Element anwenden. Zum Beispiel hier im Diff Transition Scale Damit wird der Übergang immer ausgeführt, wenn eine neue Karte erscheint. Im Browser kannst du dir jetzt einen neuen Teilnehmer hinzufügen. Und der neue Teilnehmer erscheint mit einer Scale-Transition in der Liste. Und nochmal. Wunderbar, ich habe dir in diesem Video die allerwichtigsten Grundlagen gezeigt, um deine ersten dynamischen Web-Anwendungen mit Swellt zu erstellen. Du hast Variablen, Binding, Komponenten und Transitions kennengelernt. Darüber hinaus bietet Swellt aber noch einiges mehr. Zum Beispiel die Reaktivität, Slots, globales CSS, Stores, verschiedene Input-Typen, Events und noch vieles mehr. Wenn du noch mehr über Swellt erfahren möchtest, schau gern einmal in meinen Swellt-Kurs auf Udemy vorbei. Hier zeige ich dir in über sechs Stunden alles, was du wissen musst, um deine eigenen, reaktiven Swellt-Webseiten und Web-Anwendungen von der ersten Zeile bis zum fertigen Projekt selbst zu erstellen. Dort findest du alles, was ich gerade erwähnt habe und noch vieles mehr. Die ersten drei Videos sind frei verfügbar und vermitteln dir einen Überblick über die enthaltenen Themen. Mit dem Link in der Beschreibung bekommst du den Kurs außerdem immer zum vergünstigsten Preis, egal was auf der Udemy-Website steht. Das Ganze komplett ohne Risiko mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Damit du eine Vorstellung bekommst, was dich dort erwartet, zeige ich dir jetzt im Anschluss eine Zusammenfassung der Inhalte, die wir im Kurs erarbeiten werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg mit deinen Swellt-Projekten! Swellt, die schlanke Frontend-Entwicklung Erstelle schnell und einfach deine eigenen dynamischen Webseiten und Web-Anwendungen. Du lernst die Entwicklung einer Swellt-Website von der ersten Zeile bis zum veröffentlichten Projekt kennen. Ich zeige dir die Swellt-Template-Syntax, das Routing deiner Website, die Erstellung von eigenen Komponenten, die Nutzung von CSS und das Verarbeiten von Benutzereingaben. Für diesen Kurs benötigst du lediglich etwas Grundlagenwissen in JavaScript, HTML und CSS. Du lernst, wie du mit HTML und CSS das Frontend erstellst, wie du die Reaktivität nutzen kannst, wie du Transitions einbaust, wie du Swellt-Variablen aneinander binden kannst, welche Arten von Events es gibt, wie du deine Web-Anwendung am Ende exportierst und veröffentlichst und noch viele weitere Konzepte und Funktionen, die ich dir gleich im Lehrplan vorstelle.